Oh, das ist Essen, ja. Ja, ja. Ich hätte ja gerne mal einen richtig fetten Burger, verstehst du? Einen richtig fetten Burger, einen richtig leckeren Burger, Alter. Der so heiß ist, der brennt dir die Zunge weg, aber er ist richtig lecker und schmeckt... Du redest schon ein bisschen viel am frühen Morgen. Das ist so, als würde man richtig dicke Pakete austragen. Er ist einfach schwer zu verstehen. Nein, aber ich hab mein Handy nicht geladen und deswegen muss ich euch voll labern, sonst würde ich fett Instagram und so. Aber nein, ich hab nur den Teller hier, den ich voll labern kann, verstehst du? Ah, es riecht aber auch gut. Oh, ich mag auch Toast mit Eier. Aber ich mag auch mein Bett, wo ich meine Eier gleich wieder reinlege. Verstehst du? Eier, Toast mit Eier, Bett mit Eier. Ja, das ist ein guter Witz. Ih, oh nein. Nee, nee, wird er krank? Oh nein, was ist denn da passiert? Was, was? Au. Was passiert denn da? Ha, muss ich nicht verstehen. Aber gut. Was macht er denn? Ist er zu blöd, einen Teller abzuwaschen? Wie er die ganzen Kampen kaputt macht? Ach, er ist ja tollpatschig, ne? Er hat jetzt hier kaputt gemacht und da kaputt gemacht und jetzt geht er ein Buch lesen. Oh je, oh je. Er möchte jemanden umarmen. Warum nicht? Seinen guten Freund Gunnar. Äh, Gernhardt, meine Güte. So. Äh, Quatsch. Und zwar du. Möchtest ihn? Mehr Auswahl? Freundlich? Wo haben wir denn umarmen? Unter worin da fällt das denn? Das ist doch nicht romantisch, oder? Nein, zum Glück nicht. So, Aktionen, Einladung, eine Runde. Runde bilden oder zur Runde hinzufügen. Keine Ahnung, was das ist. Gemein, Unfug, lustig. Kann ich ein Klopf-Klopfwitz erzählen. Aber ich kann ihn nicht umarmen. Warum geht das nicht? Doch, aus der Kategorie romantisch. Anmachspruch, schlüpfrige Frage. Komplimente bei Aussehen, ob Singles. Haben wir nicht drin. Ha. Naja, schade. Und was macht er? Ah, er möchte ihn aber jetzt umarmen. Das ist schön. Und er setzt sich wieder bei... Er setzt sich wieder bei Wilma ins Bett. Ah, Leute, Leute, Leute. Ah, Gernhardt hat die Schelmfähigkeit erworben. Warum? Ist er hier im Internet gerade am Trollen? Oder was macht er gerade? Tatsächlich in Foren provozieren. Aufgrund seiner neuen Schelmfähigkeit kann Gernhardt jetzt andere Sims mit den Handschocker reinlegen und viele andere Schelmische Interaktionen ausführen. Cool. Na, er wollte eigentlich seinen Bruder umarmen und jetzt guckt er lieber wieder Sportfernsehen. Alleine. Das ist nicht cool. Da kann er hier lieber sich dazusetzen zu seinem Bruder. Und solange sie noch Zeit zusammen haben, können sie die auch nutzen. So, und, äh... Er hier, er kann auch mal mitmachen. Er ist auch noch am Lesen. Dann hier, setz dich mal... Setzen wir alle drei mal an ein Sofa. Und er ist sogar selbstsicher. Warum das denn? Ein geschmeidiges Getränk. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen. Okay. Und ziemlich lecker, weil er lecker gegessen hat. Und ein Hoch auf den Sport durch die Brow-Fähigkeit. Und jetzt ziehen sie sich da alle gemeinsam den Sport rein. Und er haut wieder ab. Na ja, aber die beiden bleiben hier wenigstens zusammen. Wenigstens, auch wenn er dabei liest. Aber er geht auch wieder. Ich hab's versucht. Aber ich kann sie auch nicht zwingen. Was macht er denn gerade? Er möchte sich ein Glas Wasser nehmen. Das kann er tun. Äh, ich, äh... Ich berate ihn mal. Denn Wasser ist ziemlich schwierig. Weißt du... Das ist wie ein Ring, den man ankettet. Man kann ihn nicht an den Finger stecken. Verstehst du das? Und so ist das mit dem Wasser auch. Ja, ja, okay. Ich glaube, ich hab's verstanden. Also, wenn du einen Koffer voller Geld hast, dann brauchst du das Wasser nicht mehr selber machen, sondern es wird dir einfach hingestellt. Ja, das ist so wie mit Grillkäse. Verstehst du? Wenn man genug Geld hat, dann bekommt man Grillkäse auch so hingestellt. Das ist quasi wie ein Express-Versand-Flugzeug. Ja. Und jetzt hast du dein Wasser ja gar nicht getrunken. Und ich hab wieder Hunger. Ich, ich esse was. So, jemanden Anmachspruch bei jemandem ablassen. Ein mutiger Anmachspruch. Naja, läuft denn hier gerade etwas rum, was man mutig anmachen könnte? Nee. So, was haben wir denn hier? Die Kassandra Grusel. Ein Teenager. Ja, ich weiß ja nicht, ob unser guter Herr einen Teenager anmachen sollte. Und wer ist denn das hier? Na, wer ist denn das? Ach, schön. Den erkennt ihr vielleicht gar nicht, ne? Vielleicht ja doch. Erzählt's mal, ob ihr ihn erkennt oder nicht. Ich spreche ihn mal nicht an. Der Walter kommt wieder vorbei. Der hängt hier ein bisschen oft rum, ne? Der hängt hier, der hängt mir hier in der Nachbarschaft ein bisschen zu oft rum. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Das ist mir nicht geheuer. Und was haben wir hier? Hier haben wir doch die gute Katrina Saliente. Freundlich vorstellen. Er möchte einen mutigen Anmachspruch. Bitte schön. Ich werde ihn nicht aufhalten. Und er mag auch die frische Luft. Jetzt muss er nur noch... Oh, eine kokette Unterhaltung. Es ist ja noch gar nicht losgegangen. Aber sie spürt das... Sie spürt das Potenzial unseres Helden. Ach ja. Und wer geht denn da in unserem Haus vorbei? Hm. Wer ist denn das? Ähm. 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 Wilma? Willst du nicht das Essen aus der Hand legen? Und dir was anziehen? Wie er einfach so auf sie zurecht? Ich mein, gut. Er versteckt seine... Er versteckt seine Sachen nicht, sondern er trägt's halt so, wie es halt sein muss. Ich bin... Ich bin Wilma. Und ich mag Käsetoast. Ja, ich bin die Katrina. Oh. Oh. Wie du deinen Käse reinspachtelst. Das ist so als... Es ist schöner als Mülltonnen-Gesang. Du weißt, ich hab eine Kommode. Und in dieser Kommode, da versteck ich meine Lamas. Und du willst nicht wissen, was ich mit Lamas meine. Oder willst du das wissen, Wilma? Willst du wissen, was ich mit Lamas meine? Ähm. Ich, äh... Mh. Riecht das so wie mein Käse? Äh... Naja, also... Ich... Ich muss mal kurz, ähm... So, Muskeln zeigen, verrückten Plan vorschlagen. Wer möchte? Einen mutigen Anmachspruch, den machen wir noch, aber gleich erst. Direkt ein Herzchen, Alter, angeflirtet werden? Was ist das denn für eine Dirne, die sich hier in der Nachbarschaft rumtreibt? Ich meine, normalerweise bin ich ja nicht so, aber... Das Gespräch hat noch gar nicht angefangen und es ist sofort kokett gewesen. Und wie sie hier schon rumsteht, verstehst du? Und jetzt kommt er hier... Na gut, ich meine, er kommt auch direkt mit dem Handtuch raus, ne? Er macht da jetzt kein Hehl draus. So, ich würde sagen, wir können ja auch gleich mal die Muskeln zeigen, oder? Oh, ein... Ei, 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 das geht ja aber ganz schön los hier zwischen den beiden. Nee, das ist wie... Das ist wie ein... eine Schüssel Gemüse. Naja, ich gehe hier ab wie so ein Jet, verstehst du? Ich bin die Creme auf deinem Cupcake. Und schreib mir dann. Äh, äh... Grillkäse... Was? Was? Sieh zu, dass du da wegkommst. Sieh zu, dass du da wegkommst. Und geht sie jetzt wieder in unser Haus? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Oh je. Der arme Wilma, da wollte er doch gerade... Mit ihr noch quatschen. Kann er da nicht... Moment, 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 Moment. Kann er nicht hier verrückten Plan oder so? Warum kann ich denn nicht... Voll schade, dass ich nicht vernünftig mit dir reden kann und auch nicht das machen kann, was ich hier brauche. Romantisch mutiger Anmachspruch. Ah, warte mal. Mehr Auswahl. Romantik mutiger Anmachspruch. Komm. Hauen wir's raus. Einfach nur, weil er... Naja, Walla, ne? Ich glaube, er verspürt direkt sowas wie Liebe. Oder? Ist es nur ein kleines Flirtchen? Ich weiß es nicht. Du bist so wie eine... wie eine Schüssel voller... voller Gemüse. Es ist ganz viel dran an dir. Alter. Hihi. Es tut mir leid, aber wie dieser Clown da im Hintergrund einfach über die Straße geht, während die Kinder da rumlaufen... Ah, das ist gruselig. Entschuldigung. Ich... Meine Sprüche treffen dich ins Herz. Wie... Wie eine... Eine... Ein Gemälde? Ich glaube, du meinst wie ein Gemälde, denn das bist du für mich, Wilma. Du bist das härteste Gemälde, was ich kenne, und ich würde dich gern vom Bett aus beobachten, wenn du weißt, was ich meine. Ein paar Bücher... Du kennst da ein indisches Buch. Da geht's auch... Ein bisschen um Lamas. So, wir müssen mal kurz gucken. Ich sehe gerade, er hier muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Deswegen gucken wir mal schnell rüber. Ich freue mich natürlich für unseren Kollegen hier auch. Du Scheiße, Alter. Verstopfte Nase. Edoakad zieht das Gesicht von Gernhardt als der Sprühregen auf die Gesichter anderer an, die da regnet. Oh nein. Er ist krank. Oh, guck ihn dir an. Er hat überall die... Überall fette Flecken. Alter, wie kriege ich das denn weg? Wie kriege ich das weg? Er muss in einer Stunde auf der Arbeit sein, Alter. Wie soll das denn funktionieren? So, das Buch legst du mal beiseite und gehst pinkeln und dann... Ach, du Scheiße. Ne, da habe ich ja natürlich den richtigen Augenblick rausgesucht, um ihn in Arbeit zu schicken. Ah. Gonzales ist schon arbeiten. Okay. Er pinkelt. Ich hoffe, ihm geht es danach besser. So, wie ist es hier bei Wilma? Kann ich hier... Unsere... Dieser Clown. Es tut mir leid. Ich will... Ich schicke gerne Herzchen über das Handy. Verstehst du? Ich habe ein Handy. Spielt er gerade Videospiele, während sie mit ihm flirt... Alter, Wilma. Er spielt hier fett am Handy, während sie ihn anflirtet die ganze Zeit. Und... Alter, dieser Typ. Was ist denn mit ihm? Alter, das ist so creepy. Gut. Ähm, wir müssen natürlich über Interessen reden. Und dann bitten, abzuhängen. So. Da passt er einmal nicht auf und schon ist die Alte weg. Ah, lockere Unterhaltung. Sie ist immer noch kokett. Beziehung, romantisches Interesse. Oh, ich hoffe, du hast so ein Riesenrohr wie ein Panzer. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich wie ein Panzer aussehe. Oh, sie kann einen Moment bleiben. Na, das ist doch mal was. Äh, du erinnerst mich an eine Büste. Äh, ich verstehe nur Handy. Ach Gott. So. Hast du, hast du ein PC zu Hause, wo wir schmutzige Filme gucken könnten? Ich hab einen Film von einem Flugzeug zu Hause. Den könnten wir sehen. Ja, der liegt bei mir auf dem PC. Oh ja, und dann können wir richtig reinhauen. Ja, weil ich nämlich essen mag und ich kann ganz viel kochen für dich. Möchtest du, dass ich für dich koche? Ist es das? Ähm, m-m-m. Bitten nur Freunde zu sein, was? Über Interessen reden? Ich mag, äh, Käse. Und sie mag Theater. Okay. Und was ist mit Wilma, äh, mit Reinhardt hier? Oh je. Was macht er? Zur Arbeit gehen. Ach du Scheiße. Oh je. Erst arbeiten und mit einer unwohlen Stimmung. Ich weiß ja nicht. So, Alter, komm, pack das Handy weg. Setz dich zu der Dame, Alter. Das ist ja krass. Ich hätte nicht gedacht, das ist jetzt kein Vorurteil oder sowas, aber ich hätte nicht gedacht, dass von den dreien, die wir hier in der WG gepackt haben, dass da der Wilma der erste ist, der hier eine Lady mit nach Hause bringt. Ich hab echt gedacht, dass der, äh, Gonzales hier seinen Charme spielen lässt. Vor allem, wie er mit seinem Handtuch hier rumrennt. Kannst du dich nicht eben mal schnell einfach sein normales Outfit hier anziehen und gut ist? So. Was ist denn da los? So, jetzt setz dich hier hin und, äh, nach Karriere fragen zum Beispiel. Ich hab einen Schaumfinger zu Hause und ich mag es, wenn ich Bälle halten kann. So, äh, Wilma hat erfahren, dass Katharina als Auftakt... Ich hab nicht aufgepasst. Ah, sie arbeitet als Entertainerin im Rampenlicht... Ey, beim Rampenlicht. Könnten wir sie da mal besuchen, wenn sie arbeitet? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst vor Fledermäus. Huch! Äh, eine tobende Meute. Gonzales weiß, dass es keine gute Idee war, so spät mit seiner Comedy-Show zu Beginn. Das Publikum wird unruhig und er verliert schnell die Kontrolle. Er kann entweder schreien, um die Aufmerksamkeit zu erhalten oder aufgeben und die Show abbrechen. Er schreit natürlich. Gonzales hatte gerade eine der wichtigsten Lektionen für Live-Auftritte gelernt. Wenn man wütende Leute anschreit, werden sie nur noch wütender. Wo befindet sich noch gleich der Hinterausgang? Leistungsverschlechterung? Klein. Oh, Scheiße. Oh je. Das hat ja nicht funktioniert. Ich mag wieder Mösel nicht. Die kommen und beißen mich. Und dann beißen sie mich noch mehr. Ich mag das nicht. Weißt du, die flattern und beißen. Das ist wie Regen. Und ich mag aber Kaffee. Äh, Kaffee ist ein wunderbares Genie. Ein wunderbarer Geniestreich. So, wir verschönern ihr mal den Tag. Machen ihr ein Kompliment, was von Herzen kommt und reden... Und dann über Interessen. Weißt du... Äh... Ah, wir plaudern gerade nur. So, ah, die Charisma-Fähigkeit hat er gerade erhalten. Ich habe zu Hause ganz, ganz schmutzige Filme. Soll ich die mal mitbringen? Nächstes Mal. Und dann machst du uns schön Wein und Käse. Und dann malen wir ein Bild, ja? Dann malen wir ein Bild. Oh, okay. Ein Bild. Ja, das ist wie mit dem Flugzeug in dem Film, dem ich dir vorhin erzählt habe. Ja, ich muss kacken. Oh, ich kann deine Fahne schon bis hier riechen, was? Oh je, der Wilma. Der, oh, das ist irgendwie schon süß, wie unbeholfen er ist. Und, ähm, ja. Ist halt ein Junggesellen-Bruder, ne? Nicht, dass sie sich jetzt hier langweilt oder denkt, was ist hier passiert. Oh, was heißt das? Was ist das Zeichen hier? Ah, sagt sie. So, er wäscht sich wenigstens die Hände danach. Und er ist gerade konzentriert bei der Arbeit. Das ist schon mal gut. Ihm, bei ihm geht's okay. Und er geht nicht spielen, alter Wilma! Mann! So, hier über Kochen reden. Äh. von Naturschwärmen? Das Gespräch läuft gut. Versuch eine dauerhafte Beziehung. Aha. Hm. Ich hätte, alter, das ist jetzt die wievielte Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier schon so schnell jetzt abgeht. Jetzt setzt sie sich wieder hin. Jetzt hat er sie wieder. und er möchte jemanden umarmen. Naja. Vielleicht dürfen wir ja. Äh. knuddeln, sich angezogen fühlen, ob Single Anmachspruch anmachen, mehr Auswahl. Ähm. Wo ist denn diese Umarmungsaktion? Oho. Männer wie Panzer. Und ich bin gerne ihr Sahnehäubchen auf dem Cupcake. Und ich würde gerne vielleicht auch mal deine Wille halten. Was? Ich bin, ich mag auch gerne alles andere an einem Cupcake. Verstehst du? Da gibt es viele leckere Sachen dran. Ja, ich bin auch lecker. Ich hab einen super Film, wo es immer leckere Sachen geht. Wo gehst du denn jetzt hin? Wo, wo geht sie hin? Ähm. Ich finde das immer schräg, wenn man Besuch allein im Haus rumlaufen lässt. Und vor allem, er macht einfach ein Nickerchen und sie setzt sich jetzt beim, beim Reih, äh, beim Gernhard ins Zimmer und macht was am PC. Das ist ja mal mega doof. Wir machen ihr mal wieder ein Kompliment und drücken ihr unsere Bewunderung aus. Wo geht das? Insider-Witz. Ach, das geht mittlerweile. Geheimes gemeinsames Foto machen. Weißt du, du bist so schön, wie du an dem Rechner von meinem PC, von meinem Bruder sitzt. Das, äh, ist kaum zu beschreiben. Ich setze mich auf sein Bett und sage dir, dass ich eine super Sonnenbrille habe, die nicht funktioniert. Wollen wir mal ein Foto zusammen machen, weil wir uns jetzt fünf Minuten kennen? Ja, mit diesem Handy. Das funktioniert. Ach, krass. Ja, da bist du dein Gesicht drauf. Äh, ich müsste mal pieseln. Hast du da? Äh, sonst brennt mein Loch gleich wieder. Wie bei der letzten Chili Night, verstehst du? Wenn der, wenn der heiße Käse drückt. Es ist wie mit dem Lama. Wilma, du kennst doch das Lama. Ich dachte, wir gucken den Film mit dem Flugzeug. Der Flugzeugfilm ist toll, der ist mit Tom Hanks und, und Wilson. Äh, ich, kann ja mal googeln, ob ich den auch habe und dann trinken wir zusammen vielleicht einen Kaffee. Ja, ich, ähm, ich gehe jetzt schlafen. Du findest den Weg ja selbst raus. Ey, richtiger Chameur, der Typ. Oh Gott, sie ist weg. Da hat unser Wilma doch direkt sich mal eine kleine klar gemacht. Alter, ist das krass. Das ist das Ich, dass das nicht so ist. So wenn das